lasse labern oder lasse reden ich weiß nicht warum ich hier kein spiel reinkomme irgendwie meinte spiel mich nicht, also keine ahnung oder außer mir spielt keiner mehr black ops 1 was ich nicht glaube komm schon, das kann doch nicht wahr sein ich bin ein COD ich habe ein COD 3 echt schneller Leute gefunden wie jetzt hier, das kann nicht wahr sein oh, Jungs, Jungs, Jungs das ist nicht euer Ernst das ist nicht euer Ernst nee, ich glaube, black ops 1, das wird nix oh, kotze, bohle, man, das ist alles richtig nemm Applaus ich suche mal Team Deathmatch also Bodenangriff ist komplett abgeschaltet oder was? weiß ich es nicht aber Newtown nehmen wir doch mit gerne Team Deathmatch Einnachsabist Wir haben Feuerfeuerkarte Wir landen Wir landen Wir sind Gamer hier Wir sind Gamer hier Nein Hört Ja, war ich jetzt ein bisschen Zeit verzögert bekommen? Aber der Chopper ist doch auf Newtown Ist doch geil Wir werden Spawn rasieren Und auf der anderen Seite Alle im Haus Spawned Wonders Spawned Wonders Spawned Wonders Zack Killcam Ich muss hier den Ton ein bisschen leiser drehen glaube ich Mein Black Ops 1 war schon immer ein bisschen locker wie die anderen Teile Zufall Zufall Das ist kein Mädchen Starten Starten Ich wundere mich echt aber noch warum Bodenangriff nicht ging So, endlich Ich versuche mich auch hier echt zu beeilen weil ich seit einer halben Stunde ganz dringend pinkeln muss Deswegen bin ich auch nicht gelassen Nichts Mach alle Bilder Sachen nieder Wir sind in Führung Nein nein Ja, was war das denn mit Kleinemann? Die Zaubermänner Tatsächlich Da sitzt einer Den hab ich übersehen, weil ich blind bin Achtung, feindlich UN2 Feindlich UN2 Oh, schade ist boy Jawoll, ja Und, weg Sniper Wie in jedem Teil Ein fester Bestandteil Von C.O.D. Feindlich UN2 Über uns Da sitzen wir noch gemütlich da oben Und da stehen da oben wenden Wozu rumlaufen Da sind wir noch Damit bist du lief in den Arsch Wir haben die Führung verloren Da sind wir noch In der In der In der Was sind die Linie, ne? Seid ihr kein Schweinchen? Unsere O2 ist in der Luft. Ich stelle auch die Scheiße nach. Wo sind sie denn? Nein, wir sind nicht gestorben. Das war auch schon wieder drüben. SR-71 start bereit. Unsere SR-71 ist in der Luft. Jetzt noch die Runde. Dann bin ich glücklich. Nein, ein Sniper wieder. Jetzt kriegt ihr es aus. Freunde. Hm? Das ist ungewohnt, weil früher konnte man den Chopper hier sehr schnell bewegen. Was sie aber abgeschwächt haben. Was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Weil er echt krass abgeht. Gut, hier fällt es nicht so auf, weil Team Deathmatch. Und wir spawnen halt nicht so viele Gegner. Ja. Ein Ründchen noch und dann haben wir Black Ops auch durch. Mh 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 Mh. Hangern. Das merkt sich gar nicht zum Beispiel. Ja. Muss ich mich jetzt entscheiden dann, wenn ich andere. Wäre ich jetzt weiter auf Zufall im Liegen, dann wäre meine Stimme eh für einen Arsch gewesen. Außer mir keiner Zufall gewusst hat. Aber es scheint eine gute Map zu sein, wenn 5 Leute dafür wohnen. Kann das schon mal nicht schlecht sein. Obwohl ich bei MW2 auch schon Abstimmungs-Fails gesehen habe. Das Estate gegen Wasteland Domination verloren hat. Oder Afghan-Rikis-Gapur oder High-Rise. Das sind alles Sachen, die ich schon miterlebt habe. Da haben wir einen wunderschönen Blackbird auf der Map, liebe Leute. Schauen wir mal. Den ersten Blick sieht die Map ein bisschen groß aus. Direkt aus dem Flugzeug mal raus. Gucken was Sache ist. Da hat sich schon einer bequem gemacht mit Claimor. Das war der Link auf der Linken. Ops. Das ist ein Teil. Das ist ein Teil. Ja. Maïsa, der Franzacke. Ich weiß nicht warum, aber Franzosen spielen echt super defensiv. Also ich kenne keinen... Ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber es ist Tatsache, dass wirklich 90% aller Franzosen derbe am Campen sind. Ich weiß nicht warum, ob das in der Mentalität liegt oder... Ja, Astrein, du ne. Das Problem ist, da wo ich gestorben bin, bis ich den Spot wieder finde. Oh, super. Hast du deinen Fleck gewechselt? Wo war das jetzt? War das hier, ne? Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Ja, deswegen verstehe ich jetzt auch, warum Geist hier so behatet wird. Weil die Leute das einfach so spielen. Die spielen es einfach so. Du Kröner! Ich weiß nicht, wo der scheiß Platz auf der Map ist. Sonst wäre ich da schon 10 mal hingerannt und hätte ihn schon 10 mal weggerotzt. Ich bin ein Piss ab. Ich bin ein Piss ab. dass ich ein New Year gammel Respekt Als ob ich den oben lasse, Kumpel Als ob ich den oben lasse Ja, ich shit direkt Und dann geht's auch noch da Locken Davor auf die Map kommt Peace out Und wir sind am verlieren Sehe ich gerade Das heißt hier nochmal reinklotzen Ich seh keinen Ich seh keinen Ich seh keinen Ich seh keinen Feindlicher Todbringer läuft warm Oh 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 Wo die sitzen? Wo die sitzen? Ich seh keinen Peace out Der Fensil ist Peace out Oh man, Alter Oh man, Alter Ich weiß immer ungefähr die Richtung Kubra ist unterwegs Verbündete Vorräte unterwegs Wo ich den letzten Druck passiert hab Spionage Flugzeug ist in der Luft Feindliches Spionage Flugzeug im Anflug Oh mein Gott Am Gott Amt